An der Spitze der Südwestmetall-Bezirksgruppe Reutlingen hat es einen Wechsel gegeben. Der bisherige Vorsitzende Stefan Wolf gab sein Amt nach sieben Jahren wegen zahlreicher ehrenamtlicher Aufgaben auf. Wolf ist ja auch Vorsitzender des gesamten Arbeitgeberverband Südwestmetall. Seine Nachfolger wählte die Mitgliederversammlung gestern Nachmittag im Hotel Achalm in Reutlingen. Es ist Rainer Thede. Neben Christian O. Erbe, Geschäftsführer von Erbe Elektromedizin in Tübingen. Als Ärzte der Amtshandlung stellte Thede der Presse die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage vor. Unsicher blickt die regionale Metall- und Elektroindustrie in die Zukunft. Jeder Vierte rechnet mit einem Rückgang der Aufträge. Ebenfalls rund ein Viertel glaubt, dass es im kommenden Jahr mehr Aufträge gibt. Ein weiteres Drittel rechnet damit, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Konjunkturumfrage hat gezeigt, dass ein Großteil der Unternehmen doch mit nicht allzu hohen Erwartungen in das neue Jahr geht. Und das ist natürlich geprägt durch viele einzelne Faktoren, die in den Exportmärkten zu sehen sind. Hier vor allen Dingen die Unsicherheit, wie geht es mit China weiter, wie wird das Wachstum sich in China weiterentwickeln. Gerade China ist ein Sorgenkind der Metall- und Elektroindustrie, vor allem aber Russland. Positiv dagegen hat sich die Lage in Nordamerika, Westeuropa und vor allem auf dem Inlandsmarkt entwickelt. Doch gerade hier rechnet jeder Fünfte mit einer Verschlechterung. Bei den Umsätzen erwartet nur jeder Dritte eine Verbesserung. Mehr investieren als bisher, das wollen nur noch 14 Prozent der Unternehmen. Die Abschreibungen sind höher als Neuinvestitionen, die Industrie zieht sich also aus Deutschland zurück. Die Tarifverhandlungen haben, wenn man die drei Tarifabschlüsse der letzten Jahre zusammenzählt, waren das 14 Prozent Personalkostensteigerung. Und da gibt es natürlich viele Unternehmen, die Ausweichmöglichkeiten suchen müssen. Und die sehen sie vor allen Dingen in den Auslandsmärkten. Und deswegen sehen wir auch vor allen Dingen bei Großunternehmen, aber auch vermehrt bei mittelständischen Unternehmen, dass zunehmend im Ausland Produktion aufgebaut wird. Trotz allem Kurzarbeit oder gar Personalabbau sind bei den meisten Unternehmen noch kein Thema. Das Beschäftigtenniveau soll so bleiben, wie es ist. Das heißt kein Arbeitsplatzaufbau in dem kommenden Jahr oder nur punktuell. Es sind viele Unternehmen, die noch Arbeitsplatzaufbau haben in den sogenannten nichtproduktiven Bereichen. Das heißt in Forschung und Entwicklung wird weiter kräftig investiert. Aber die reine Produktion ist eher stagnierend oder gar rückläufig. Beim Thema Flüchtlinge ist die regionale Metall- und Elektroindustrie eher skeptisch. Die Hälfte spricht sich dagegen aus, Flüchtlingen Ausbildungsplätze anzubieten. Je ein Drittel sagt auch Nein zur Beschäftigung oder zu Praktika für Flüchtlinge. Von sehr wenigen Unternehmen abgesehen, ist der Rest noch unentschieden. Das Hauptproblem bei der Beschäftigung von Asylsuchenden und von Flüchtlingen ist natürlich die Sprache. Es ist die Ausbildung. Wir können in unserer Metall- und Elektroindustrie nur Menschen beschäftigen, die die deutsche Sprache beherrschen. Allein schon aus Sicherheitsgründen und eine gewisse Qualifikation sollten sie schon mitbringen. Die ist aber unter den Flüchtlingen schwer zu finden. Nur 11 Prozent von ihnen hätten einen Berufsabschluss, der mit dem deutschen dualen Abschluss vergleichbar sei, so Tede unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.